hallo bei support.net surft ich möchte euch heute mal eine seite zeigen die heißt restart page und zwar geht das hier darum wie früher computer restartet haben ich will mir das zum beispiel mal angucken wie das früher bei apple lief ja und da sieht man ja ganz schön dass in früheren zeiten die computer bei weitem nicht so schnell liefen wie heutzutage noch mühselig hier oben der memory size erstmal nachgezählt wird das ganze zieht sich also etwas und so kann man bestimmt lange computer abende verbringen oder auch mal eine arbeitspause überbrücken ich habe ja schon von vielen computer freaks gehört die gerne solchen kryptischen bildschirmanzeigen zuschauen hier wird also immer noch rhapsody geladen derzeit hätte man heutzutage sein ipad schon fünfmal ein und ausgeschaltet mal gucken ob rhapsody denn hier nochmal zu einem schluss kommt naja es ist initializing process mounting in jedem fall also ist hier die restart page sowas wie ein virtuelles museum von betriebssystemen und mir zumindest hat das lächeln bis lachen entlockt als ich das erste mal auf diese seite gestoßen bin viel spaß beim selbst ausprobieren wünsche ich euch und sage mal bis zum nächsten mal bei support net surft e eine Untertitelung des ZDF, 2020